Es gibt verschiedene Piercing-Arten, die man unterschiedlich reinigen sollte. Hier haben wir zum Beispiel einen Ring. Allein durch das Drehen haben wir in der Regel keinerlei Schwierigkeiten. Aber wenn wir einen Stecker haben, dann wird sich hier Haut ansammeln. Das bedeutet, den Stecker regelmäßig rausnehmen, auch ein bisschen sauber machen, desinfizieren und danach wieder rein tun.